Ein Mann möchte Mitglied in einem Sportverein werden und bekommt gerade Informationen über dessen Richtlinien. Welche Art der Mitgliedschaft wird er nehmen? Lassen Sie mich mit der Erklärung über die verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen beginnen, wie sie in der Broschüre beschrieben sind. Das reguläre Mitglied kann die Sporthalle und das Schwimmbecken jeden Tag rund um die Uhr benutzen. Wir bieten jedoch auch die sogenannte Frühaufsteher-Mitgliedschaft an, mit der man die Einrichtung nur in der Früh benutzen kann, und die Feierabend-Mitgliedschaft für Personen, die nur am Abend kommen wollen. Wann kann man als Frühaufsteher-Mitglied die Einrichtung nutzen? Frühaufsteher-Mitglieder können die Anlage von 6 bis 10 Uhr benutzen, Feierabend-Mitglieder von 18 bis 23 Uhr. Ich verstehe. Also können Frühaufsteher-Mitglieder auf dem Weg zur Arbeit vorbeikommen und die Anlagen nutzen. Genau. Der Mitgliedschaftstyp Frühaufsteher wird sehr gern von Büroangestellten genutzt, die von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Wir bieten außerdem Mitgliedschaften an, bei denen man entweder nur die Sporthalle oder nur das Schwimmbecken benutzen kann, falls Sie nur eines von beiden nutzen wollen. Ich würde gerne beides, sowohl Sporthalle als auch das Schwimmbecken benutzen. Ich glaube, ich werde die Sporthalle wochentags am frühen Morgen benutzen, bevor ich zur Arbeit gehe, und dann das Schwimmbecken am Wochenende. Bieten Sie eventuell eine Mitgliedschaft an, mit der man werktags nur am Morgen und am Wochenende den ganzen Tag die Einrichtung nutzen kann? Tut mir leid. Eine solche Mitgliedschaft bieten wir nicht an. Okay. Ich glaube nicht, dass ich am Wochenende so früh aufstehen kann. Darum nehme ich diese Mitgliedschaft. Welche Art der Mitgliedschaft wird er nehmen? Ein Mann möchte Mitglied in einem Sportverein werden und bekommt gerade Informationen über dessen Richtlinien. Welche Art der Mitgliedschaft wird er nehmen? Lassen Sie mich mit der Erklärung über die verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen beginnen, wie sie in der Broschüre beschrieben sind. Das reguläre Mitglied kann die Sporthalle und das Schwimmbecken jeden Tag rund um die Uhr benutzen. Wir bieten jedoch auch die sogenannte Frühaufsteher-Mitgliedschaft an, mit der man die Einrichtung nur in der Früh benutzen kann, und die Feierabend-Mitgliedschaft für Personen, die nur am Abend kommen wollen. Wann kann man als Frühaufsteher-Mitglied die Einrichtung nutzen? Frühaufsteher-Mitglieder können die Anlage von 6 bis 10 Uhr benutzen. Feierabend-Mitglieder von 18 bis 23 Uhr. Ich verstehe. Also können Frühaufsteher-Mitglieder auf dem Weg zur Arbeit vorbeikommen und die Anlagen nutzen. Genau. Der Mitgliedschaftstyp Frühaufsteher wird sehr gern von Büroangestellten genutzt, die von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Wir bieten außerdem Mitgliedschaften an, bei denen man entweder nur die Sporthalle oder nur das Schwimmbecken benutzen kann, falls Sie nur eines von beiden nutzen wollen. Ich würde gerne beides, sowohl Sporthalle als auch das Schwimmbecken benutzen. Ich glaube, ich werde die Sporthalle wochentags am frühen Morgen benutzen, bevor ich zur Arbeit gehe, und dann das Schwimmbecken am Wochenende. Bieten Sie eventuell eine Mitgliedschaft an, mit der man werktags nur am Morgen und am Wochenende den ganzen Tag die Einrichtung nutzen kann? Tut mir leid. Eine solche Mitgliedschaft bieten wir nicht an. Okay. Ich glaube nicht, dass ich am Wochenende so früh aufstehen kann. Darum nehme ich diese Mitgliedschaft. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.